Heute reden wir über eine eiskalte Psychopathin namens Tracy Richter, die sich einen Spaß daraus gemacht hat, das Leben vieler Menschen für immer zu zerstören. Diese Geschichte beginnt in der Stadt Early in Iowa. Es handelt sich um eine Gemeinde von weniger als 1000 Menschen, hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig. Das ländliche Amerika eben. Jeder kennt hier jeden, man grüßt sich auf der Straße, man geht zusammen zur Kirche. Als in einem Abend im Dezember 2001 Schüsse im Haus einer fünfköpfigen Familie fallen, spricht sich das sehr schnell rum und wird zum Thema für die nächsten Wochen und in diesem Fall sogar Jahre. Es war ein Einbruch. Schüsse sind gefallen. Einen Toten gab es auch. Das betroffene Haus war das der Familie Roberts, bestehend aus Michael, Tracy, Mädchenname Richter, Bert, Tracys Sohn aus vorheriger Ehe und dann noch dem kleinen Sohn Noah und der kleinen Tochter Mason. Als die Polizei und die Rettungskräfte ankommen, betreten sie ein Haus voller Geheule und Geschrei. Tracy und den Kindern ist zum Glück nichts passiert. Ehemann und Vater Michael war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stadt. Auf dem Boden liegt ein vertrautes Gesicht. Es ist der 20-jährige Dustin Wede, ein Nachbar der Roberts. Auf ihn wurde neunmal geschossen und er war definitiv nicht mehr im Leben. Tracy wurde noch im Schockzustand wegen Atombeschwerden ins Krankenhaus gebracht, konnte jedoch der Polizei berichten, dass sie von Einbrechern angegriffen und mit einer Strumpfhose gewürgt worden sei. Dustin Wede hatte eine gute Beziehung zu den Roberts. Er hat für sie den Rasen gemäht und sie sind gemeinsam zur Kirche gegangen. War er also dort, um die Roberts vor den Einbrechern zu schützen oder war er selbst einer der Täter? Er sei letzteres, behauptete Tracy von ihrem Krankenbett aus, als die Polizei sie befragte. Es wären zwei Männer gewesen, die eingebrochen sind. Einer war Dustin und den anderen kenne sie nicht, aber sie konnte der Polizei eine Beschreibung geben. Wertsachen haben sie nicht interessiert, obwohl Tora Schmuck im Haus war, im Wert von 20.000 bis 30.000 Dollar. Tracy sagte der Polizei, es schien, als wären sie nur wegen ihr da. Trotz allem schaffte es Tracy, an ihre Waffe zu kommen und Dustin in Notwehr zu erschießen, um sich selbst und ihre Kinder zu schützen. Der andere Typ ergriff die Flucht und die Polizei gab Suchmeldungen heraus. Tracy wurde als Heldin gefeiert, als Mama Bär, die ihre Jungen verteidigt hat. Nach einigen Tagen wurde Tracy aus dem Krankenhaus entlassen und ihr Ehemann Michael eilte an ihre Seite. Die Familie hatte bereits eine Reise nach Australien gebucht, wo Michael ursprünglich herkam. Also machten sie sich auf den Weg in den Urlaub. Während die Familie sich im Land der Kängurus von ihrem Kleinstadthorror erheulte, ermittelte die Polizei weiter in dem Einbruchsfall und erschien irgendwie alles zu passen. Aber er wisst ja, es soll alles nach Vorschrift sein. Man musste ein Papierkram gewissenhaft erledigen und alles noch einmal aus jeder Perspektive betrachten. Genau da kamen ein paar Fragen auf. Die Sache mit der Notwehr schien in Anbetracht der Beweise immer unwahrscheinlicher. Dustin's Körper wies neun Wunden auf. Neun Einschusslöcher von zwei verschiedenen Waffen. Drei der Treffer waren am Kopf und der Einschusswinkel deutete darauf hin, dass der Schütze die Waffe von oben abfeuerte. Das ist interessant. Tracy hat ihre Aussage bereits gemacht und sie hielt dann ihre Geschichte fest. Und wie sie an dieser Geschichte festhielt. Schon kurz nach dem Mord saß Tracy im Studio einer lokalen Zeitung, und erzählte allen, was sie für eine Heldin war. Diese Geschichte musste jeder hören. Egal ob er es wollte oder nicht. Tracys Geschichte ging folgendermaßen. Am 13. Dezember um 16 Uhr tauchte Dustin auf. Er wohnte ja ganz in der Nähe, sagte Tracy. Sie fühlte sich nie wohl in seiner Gegenwart. Und nun hing er vor ihrem Haus herum. Sie wurde nervös. Bald darauf wurde sie aber von einer Freundin gerettet, die zu Besuch kam. Das verschreckte Dustin für eine Weile und er haute ab. Allerdings sollte ihre Freundin Marie eigentlich bei ihr übernachten, da ihre beiden Ehemänner auf Geschäftsreise waren. Aber es kam etwas dazwischen und Marie musste gehen. Am selben Tag, dem 13. Dezember um 18 Uhr, batete Tracy ihre jüngste Tochter Mason. Sie hörte ein Geräusch unten im Haus und dachte, dass es vielleicht Michael ist, der früher von seiner Geschäftsreise zurückgekommen war. Aber nein, es war Dustin und irgendein anderer Typ, die die Treppe hinaufstürmten. Sie rannte mit ihrem Baby weg und schaffte es, alle Kinder in derselbe Zimmer zu bringen, um die Tür zu verriegeln, bevor sie an ihrem Zopf weggezogen wurde. Sie packten sie, während sie versuchte, zum Waffensafe zu gelangen, schaffte es aber nicht, worauf sie mit einer Strumpfhose gewürgt wurde und das Bewusstsein verlor. Als sie aufwachte, schrien ihre Kinder, während die Einbrecher versuchten, die Tür zum Zimmer einzutreten, wo die Kinder waren. Tracy rieß sich zusammen, stürmte erneut zum Waffensafe und versuchte, ihn zu öffnen, was ihr erst nach mehreren Versuchen gelang. Die Einbrecher ließen sie scheinbar machen. Sie holte die erste Waffe raus und schoss darauf los. Dann holte sie die zweite Waffe raus und feuerte erneut. Nun lag ihr Nachbar Dustin tot auf dem Boden und sein Kompliz ist geflohen. Nachdem sie diese Geschichte erzählt hatte, fügte sie folgendes hinzu. Als Mutter habe ich einen natürlichen Instinkt, meine Kinder schützen zu wollen. Ihr ältester Sohn aus erster Ehe bestätigte alles, was seine Mutter erzählt hatte. Er erzählte die Geschichte vom Angriff so, als würde er über einen Film reden und nicht über ein traumatisches Erlebnis. Irgendwie gruselig. So viel zu dem Vorfall mit Dustin Weder. Aber wer ist Tracy Richter überhaupt? Was ist ihre Vorgeschichte? Ihr werdet sehen, der Tod von Dustin Weder war die Spitze des Eisbergs im Leben einer kaltblütigen Psychopathin. Tracy wurde im Mai 1966 in Chicago geboren. Sie entwickelte sich zu einem ziemlich klugen Mädchen, so klug, dass sie ein Stipendium bekam. Während ihres Radiografiestudiums lernte sie im Jahr 1987 John Pittman kennen, ihren ersten Ehemann. John verliebte sich heiß über Kopf in die hübsche und kluge Stacy. Er selber studierte Medizin. Die beiden verstanden sich so gut, dass sie schon bald verlobt waren. Das glückliche Paar zog nach Denver, bevor John seine Facharztausbildung begann. Johns Familie lebte ebenfalls in der Nähe. Sobald die Hochzeitsgelübde im Jahr 1988 ausgetauscht wurden, endete Tracy ihr Verhalten und dadurch endete sich auch John, zumindest teilweise. Passiert war folgendes. Johns Eltern lebten wie gesagt in der Nähe. Eines Tages wurden die Kreditkarten beider Eltern gestohlen. Es wurden tausende von Dollar ausgegeben. Bei den Ermittlungen deuteten alle Anzeichen auf Tracy hin. Aber John wollte das nicht wahrhaben. Das führte dazu, dass er den Kontakt zu seiner Familie komplett abbrach. Wie er sich später herausstellen wird, wollte Tracy genau das, und zwar die volle Kontrolle über ihn. Er war Arzt und arbeitete 120 Stunden pro Woche, was wiederum zu Spannungen zwischen ihm und Tracy führte, sodass ständige Streitereien ausbrachen. Einmal hatten sie einen Streit, der soweit eskalierte, dass Tracy nach oben ging, eine Waffe holte, nach unten ging und sie auf John richtete. John lief nach draußen und als er bereits draußen war, hörte er einen einzelnen Schuss. Dann kam Tracy heraus, entschuldigte sich und sagte, sie habe versucht, sich umzubringen. Um juristisch auf der sicheren Seite zu sein, rief John die Polizei an. Tracy wurde wegen Schusswaffengebrauchs angeklagt und zu einer sechsmonatigen psychologischen Behandlung verdonnert. Kurz danach, im Jahr 1990, bekam das Paar ein Band-Aid-Baby, wie man in den Staaten sagt, also ein Kind, das eine kaputte Beziehung retten soll. Es war ihr Sohn Bert. Natürlich kann nichts eine Beziehung mit einer Psychopathin retten. Man kann höchstens froh sein, wenn man sich selbst noch retten kann. Genau das sollte John bald lernen. Er hatte den Verdacht, dass Tracy seine Lebensversicherung erhöhen wollte. Da klingelten bei ihm die Alarmglocken. Lebensversicherung. Also das klischeehafteste Motiv einer Ehefrau, ihren Mann ins Grab zu befördern und ein neues Leben in Luxus zu beginnen. John war Arzt, Überstunden waren für ihn Alltag. Währenddessen konnte Tracy in seiner Abwesenheit alles Mögliche anstellen. Also heuerte John einen Privatdetektiv an, um herauszufinden, was Tracy hinter seinem Rücken trieb. Und Mann, jeder Penny für den Privatdetektiv hatte sich bezahlt gemacht. Tracy hatte einen Liebhaber nach dem anderen und das ging zu wie am Fließband. Im Jahr 1992 zog John schließlich mit seinem Sohn und seiner Ehefrau erneut um. Es ging nach Chicago, Tracys Heimatstadt. Zu diesem Zeitpunkt war sie völlig außer Kontrolle. Während des Umzugs waren ihre Haustiere, drei Hunde und vier Katzen, irgendwie an ein Versuchslabor verkauft worden. Natürlich war Tracy für die Organisation des Umzugs der Vierbeine verantwortlich. So ein Umgang mit Tieren ist eigentlich eins der ersten Anzeichen eines Serienkillers. Aber das war John wohl noch nicht offensichtlich genug. Das, was ihn ähnlich dazu bewegte, Tracy zu verlassen, war folgendes. Eines Tages erhielt John bei der Arbeit einen Anruf von Tracy. Sie sagte so etwas wie, hör zu, ich muss mit dir reden, lass uns bei der Wohnung treffen. Kurz darauf erhielt John einen Anruf von seinem Privatdetektiv, der gerade Tracy beschattete. John sagte dem Privatdetektiv, dass Tracy sich treffen wolle und der Detektiv sagte, dass es keine besonders kluge Idee wäre, da ihre Wohnung auf der Ostseite der Stadt war und der Detektiv folgte Tracy gerade, während sie sich westwärts bewegte. Sie entfernte sich also von der Wohnung, während sie John dahin locken wollte. John ging natürlich nicht zur Wohnung, selbst als Tracy ihn anrief und sagte, ich bin jetzt hier, wo bist du? Nach so einer Aktion war die Ehe nun endlich vorbei. Wer weiß, was John in seiner Wohnung erwartete. Klang für mich aber sehr nach einem Auftragskiller. Die Scheidung wurde 1996 abgeschlossen. Dann begann der Sorgerechtsschreit um den jungen Bert. Tracy beschuldigte John, sich an seinem Sohn vergangen zu haben. Diese Anschuldigungen stellten sich natürlich als falsch heraus, aber wie das so ist bei dieser Art von Vorwürfen, haftet das einem sein Leben lang an. Tracy hatte Johns Unterschriften auf den Lebensversicherungsunterlagen gefälscht, fand man später heraus, aber im Endeffekt bekam sie trotzdem das Sorgerecht für Bert und John musste jeden Monat Tausende Dollar Unterhalt zahlen. Kurz danach lernte Tracy jemanden online kennen. Dieser jemand war der australische IT-Unternehmer Michael Roberts. Sie verstanden sich wirklich gut. Sehr gut sogar. 18 Tage nach ihrem ersten persönlichen Treffen waren sie verheiratet. Michael zog dauerhaft von Australien nach Amerika, weil er total von Tracy besessen war. Natürlich sollte diese Geschichte kein Happy End haben. Ein paar Monate später war Tracy wieder Tracy. Sie betrug auch Michael, aber er blieb trotzdem bei ihr und unterstützte sie beim Sorgerechtstreit mit ihrem Ex John. Aber wie das so ist, wird Psychopathen schnell langweilig. Seinem Ehemann mit unzähligen Affären auf den Zahn zu fühlen, ist zwar ganz nett, aber nicht so witzig, wie einen Zahnarzt und ehemaligen Liebhaber Joseph Laspisa der sexuellen Übergriffe zu beschuldigen. Tracy verklagte ihn auf 150.000 Dollar. Dadurch verlor er seinen Lebensunterhalt. Schließlich zogen Michael und Tracy im Jahr 1998 in die Stadt Early in Iowa. Warum taten sie das und wessen Idee war das? Es war Michaels Idee. Neue Stadt, neues Glück, dachte er sich. Hier wird Tracy schon nichts anstellen. Hier ist doch gar nichts los. Kurz nach dem Umzug kam ihr erstes gemeinsames Kind. Es war ein Junge und dann kam noch ein Mädchen im Jahr 2000. Sie gründeten ihr eigenes IT-Unternehmen und wurden schnell zum Teil der dortigen Gemeinde. Gingen jeden Sonntag in die Kirche, wie es sich auf dem Land gehört. Sie wurden von den Menschen in Early gemacht. Es schien alles super zu laufen. Dann kam der verhängnisvolle Abend des 13. Dezember 2001, als Tracy Roberts zu Helden wurde, indem sie den Nachbarsjungen Dustin Weder erschoss. Dustin war ein ruhiger Junge, liebte Computerspiele, er war ein Einzelgänger. Niemand, von dem man erwarten würde, dass er so etwas tut, wie es Tracy geschildert hatte. Der Junge hatte es schwer. Er hatte eine Lernbehinderung und wurde deshalb oft in der Schule gemobbt. Freunde hatte er keine. Wir befinden uns also wieder im Jahr 2001. Es ist Dezember. Michael eilt von seiner Geschäftsreise nach Hause und setzt sogar eine Belohnung von 10.000 Dollar für Informationen aus, die zur Ergreifung des zweiten Einbrechers führen. Michael ist schockiert. Er betrachtete Dustin als einen Freund. Warum sollte er so etwas tun? Tracy sagte, dass es nicht so aussah, als ginge es um Geld. Er sollte einfach nur ein Mord werden. Aber warum? Vielleicht war den Jungs ja einfach zu langweilig in ihrem Kaff geworden oder vielleicht hat sie jemand dazu angestiftet. Was ist, wenn Dustin angeheuert wurde, um sie zu töten? Es war ein Auftragsmord. Er soll das gegenüber Tracy sogar erwähnt haben. Der Zahnarzt, ihr Ex, Joseph Laspisa, könnte doch ein Motiv haben. Vielleicht wollte er sie loswerden oder was ist mit ihrem ersten Ehemann John Pittman? Der hätte doch auch ein Motiv. Das war Tracys Narrativ. Dustins Auto war vor dem Haus der Roberts geparkt. In seinem Auto fanden die Ermittler ein rosa Notizbuch. In dem Notizbuch schrieb Dustin über einen zwielichtigen Typen namens John Pittman, der ihn angeheuert habe, Tracy und den elfjährigen Bird zu töten. Es war Dustins Handschrift, also war der Eintrag auch von ihm. Wie sollten sich Dustin und John aber kennengelernt haben? Und selbst, als wenn sie sich irgendwie kannten, warum sollte John Pittman Dustin einen 20-jährigen Computer-Nerd anheuern, um seine Ex-Frau zu töten? Das ergab überhaupt keinen Sinn. Die Polizei fand die Geschichte unglaubwürdig, aber Tracy blieb bei ihrer Story. Sie beschuldigte weiterhin ihren Ex-Mann John Pittman und die Medien haben diese Psychopathin aus der Hand gefressen. Sie wurde als Heldin gefeiert. Der Polizei war klar, dass etwas faul ist, aber es gab letztendlich nicht genug Beweise und der Fall wurde als Notwehr abgeschlossen. Tracy blieb mit Michael verheiratet und das Leben ging weiter. Etwa ein Jahr nach dem Vorfall, es war 2002, wird ein bewusstloser Mann auf einem Friedhof in der Nähe von Early entdeckt. Es war Brad Vede, Dustins Vater. Er hatte sich am Grab seiner Sohnes erschossen. Er war seit dem Tod von Dustin nicht mehr der Alte. Es war eine weitere Tragödie für die Familie Vede, dennoch ließen sie nicht locker. Ende 2003 reichten sie eine Klage wegen fahrlässiger Tötung gegen Tracy ein. Die Klage wurde jedoch abgewiesen. In der Zwischenzeit ging die Ehe von Michael und Tracy den Bach runter. Tracy hatte wie immer Affären, es gab Streitereien, sie zog wieder ihr Theater ab. Sie rief immer wieder die Polizei an und beschuldigte Michael, sie geschlagen zu haben, was er natürlich nie tat, aber die Polizei nahm ihn ständig sicherheitshalber mit. Tracy eilte dann später zur Wache und nahm ihn wieder mit, um diesen Wahnsinn wieder von vorne zu starten. Als Tracy sich immer offensichtlicher als Psychopathin outete, begann Michael zu verstehen, was da abging. Nach und nach begann er Tracys Vision der Ereignisse, die den Tod von Dustin betreffen, stark zu bezweifeln und suchte sogar Kontakt zu den Ermittlern, um mit ihnen zu sprechen. Die Polizei meinte, dass sie außer Tracys Aussage keine Beweise dafür hätten, dass es jemals einen zweiten Einbrecher gegeben hatte. Im Jahr 2004 hatte Michael ähnlich wie John endlich genug von Tracy, er reichte die Scheidung ein. In der Zwischenzeit beschuldigte Tracy ihn, sicher an ihr und den Kindern vergangen zu haben. Das war Tracy aber nicht genug und sie setzte einen drauf. Sie rannte zur Polizei und erzählte, dass es in Wirklichkeit die ganze Zeit Michael war, der hinter dem Auftragsmord steckte, den Dustin und sein Komplize ausführen sollten. Natürlich hat ihr niemand geglaubt, aber sie erzählt es jedem, egal ob er es hören wollte oder nicht. Im Jahr 2007 war die Scheidung durch. Trotz Michaels besten Bemühungen bekam Tracy das Sorgerecht für die Kinder. Tracy zog mit ihren Kindern nach Omaha, Nebraska. Michael zog hinterher, um in der Nähe seiner Kinder zu bleiben. Musste im Endeffekt aber eine einstweilige Verfügung gegen Tracy erwirken. Tracy wollte ihn die ganze Zeit fertig machen. Im Jahr 2009 ging sie direkt zum Sheriff und hatte ein Bild von Dustins Leiche dabei. Sie behauptete, Michael hätte es in ihrem Auto platziert und versuchte sie in den Wahnsinn zu treiben. Das zuständige Sheriff's Office fand nichts, was Michael belastete und wegen den anstehenden Sorgerechtsverhandlungen dachten die Polizisten einfach, dass sie Michael schlecht dastehen lassen wollte. Als Tracy sah, dass die Polizei ihr kein Wort glaubte, rastete sie aus. Sie sagte dem leitenden Ermittler, dass er nun auf ihrer Liste stehe, also soll er sich in Acht nehmen. Zu dieser Zeit wurde Tracy auch wegen Sozialhilfebetrugs verurteilt und erhielt Bewährung. Ich habe keine Ahnung, was Tracy danach geritten hat, aber im Jahr 2010 änderte Tracy Richter ihren Namen zu Sophia Corinna Therese, Baronin von Richterhausen Edwards. Sie lebte unter diesem Namen, ihr Unternehmen lief auf diesen Namen. Sie hatte da wohl ihre Lily Aldrin-Phase. Kennt ihr diese Folge aus How I Met Your Mother, wo Lily so tut, als wäre sie Britin. Genauso machte sich auch Tracy einen Spaß daraus, mit britischem Akzent zu reden, obwohl sie Amerikanerin war. Während sie also mit ihrem Rollenspiel beschäftigt war, bekam der Bezirk, in dem dem Mord geschah, einen neuen Staatsanwalt, der den Fall neu aufrollte. Eine frische Untersuchung ergab, dass Dustin am Hinterkopf getroffen wurde, als er schon auf dem Boden lag. Damit war die Notwehr vom Tisch. Es war Mord. Außerdem gab es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen ins Haus. Die sogenannten Auftragskiller waren nicht einmal bewaffnet. Der Tatort machte gar keinen Sinn. Am 27. Juli 2011 wurde Tracy Richter wegen des Mordes an Dustin Wedel endlich verhaftet. Tracy wurde mit First-Degree-Murder, also mit vorsätzlichem Mord, angeklagt. Tracys Familie, einschließlich ihres Bruders, der selber Detective der Chicagoer Polizei ist, stärken Tracy den Rücken. Ihr Bruder meinte folgendes dazu. Wir wissen, was passiert ist. Wir lieben sie sehr. Sie hat ihre Familie verteidigt. Wie soll man so etwas vortäuschen? Das klingt einfach lächerlich. Was soll man dazu sagen? Sie hat es halt zwar ziemlich brutal, aber auch sehr schlecht gefakt. Lustigerweise hatte Tracy bei ihrer Verhaftung schon Dokumente für eine weitere Namensänderung dabei. Sie plante, ihren Namen erneut zu ändern, diesmal zu Heidi Joanna Forsbacher. Zufälligerweise war das der Name von Michael Roberts neuer Frau. Ihr merkt schon, Tracy machte wieder Tracy Sachen. Folgendes brachte der Prozess hervor. Tracy Richter kaufte das besagte rosa Notizbuch. Sie lockte Dustin an diesem Tag zum Haus. Als ihre Freundin unerwartet auftauchte, musste sie eine Ausrede finden, um sie abzuwimmeln. Als Dustin später an diesem Tag zurückkam, zwang sie ihn mit vorgehaltener Waffe, all das Zeug im Tagebuch zu schreiben und zu behaupten, dass er von John Pittman angeheuert worden sei. Dann tötete sie ihn und legte das Buch in sein Auto. Der letzte Kopfschuss erfolgte zehn Minuten nach dem vorletzten Schuss. Da war Dustin also bereits seit zehn Minuten tot, aber Tracy wollte auf Nummer sicher gehen. Mit einer Strumpfhose hat sie auch niemand gewirkt, außer vielleicht sie selbst. Jedenfalls passten die Verletzungen nicht zu einem Angriff. Schuldig im Sinne der Anklage, sagt der Richter, und die Richter holt los. Am 5. Dezember 2011 wurde Tracy zur lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Im Knast hatte Tracy eine Brieffreundschaft mit einem verurteilten Kinderschänder namens Jim Lander. In den Briefen gab sie ihm genug Informationen, um Michael Roberts und ihre eigenen Kinder zu finden und deutete im Grunde an, dass etwas passieren könnte. Was Michael Roberts betrifft, erhielt er 2011 das volle Sorgerecht für die Kinder und zog mit ihnen nach Kalifornien. Ursprünglich plante er, nach Australien zurückzukehren, aber dieser Plan wurde durch Tracys Verurteilung durchkreuzt. Das Gericht entschied, dass sie trotzdem Besuchsrechte für ihre Kinder hatte. Dann, im Jahr 2014, nach einem weiteren langen Kampf vor Gericht, klang es Michael und seine Familie erfolgreich, nach Brisbane, Australien umzuziehen. In seinem 60 Minuten Interview erzählte Michael, wie Tracy ihn einmal fast umgebracht hätte. Er habe ihr zu diesem Zeitpunkt bereits gesagt, dass er die Scheidung einreichen würde. Sie sagte, sie wolle eine Vertrauungsübung mit ihm machen. So etwas wie, du lässt dich nach hinten fallen und ich fange dich auf. Sie hatte ihn in ein King Size Baumwollacken eingewickelt und als er aufwachte, sie hatte ihn nämlich vorher unter Drohung gesetzt, befand er sich in einem Kokonenzustand und sie saß auf ihm. Er hatte eine Plastiktüte über dem Kopf. Sie bat ihn, Tiefluft zu holen, bis er ohnmächtig wird. Dann würde sie die Plastiktüte von seinem Kopf nehmen, er würde aufwachen und würde ihr für immer vertrauen, weil er wissen würde, dass sie ihn hätte töten können, es aber nicht getan hat. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann gebt dem Video unbedingt ein Like, abonniert meinen Kanal für mehr True Crime und schreibt mir auch eure Meinung zu diesem Fall. Ich lese all eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.